Frenzen fliegt ab. Nachdem er langsam fuhr, dann allerdings eine gute Runde, drehte sie auf Platz 6, klassieren konnte. Jetzt der Ausrutscher. Und gerade geschafft, zurückzukommen. Fast ist er hängen geblieben. Hier nochmal. Ist da was? Das sah aber sehr seltsam aus, oder? Das sah seltsam aus, außer dass er einfach die Räder zu stark durchdrehen lassen an dieser Stelle. Aber ein bisschen überraschend passiert, ja. Also als wenn er da abgebogen wäre. Ja, ich denke.